Hallo liebe Zuschauer des richtigen Wahlkanals. Heute spreche ich über den Samsung-Fernseher aus der TheSarif LS01BH-Serie. Habt ihr schon von diesem Modell gehört? Ich bin gespannt auf eure Meinungen dazu, also hinterlasst gerne eure Kommentare unter diesem Video. Falls ihr überlegt euch dieses Gerät zuzulegen, findet ihr in der Videobeschreibung Links zu aktuellen Preisen und Verfügbarkeiten. Also lasst uns starten! Der Samsung TheSarif LS01BH-Fernseher, gestaltet in einem bezaubernden Cotton Blue, ist nicht nur ein technisches Gerät, sondern auch ein Designobjekt. Mit seinen Maßen von 125,49 cm Breite, 123,74 cm Höhe und 48,28 cm Tiefe inklusive Standfuß und einem Gewicht von 27,2 kg ist er prädestiniert, um in verschiedenen Räumen eingesetzt zu werden. Das Besondere an TheSarif ist, dass er von allen Seiten betrachtet werden kann und überall im Raum gut aussieht. Dank der abnehmbaren Standfüße lässt er sich flexibel platzieren, sei es auf einem Tisch oder einem TV-Möbel. Der Samsung TheSarif Fernseher bietet ein herausragendes Seherlebnis dank seines 55 Zoll großen 4K-Displays. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 50 Hz liefert er flüssige und klare Bilder. Die Farbqualität ist mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit beeindruckend, was für umfangreiche und nuancierte Farben sorgt. Die Verwendung einer QLED-LCD-Matrix mit LED-Hintergrundbeleuchtung garantiert nicht nur eine exzellente Bildqualität, sondern auch eine effiziente Leistung, was sich in seiner Energieeffizienzklasse G widerspiegelt. Bei normalem Gebrauch verbraucht der Fernseher durchschnittlich 84 kWh pro Jahr, was in der heutigen Zeit ein akzeptabler Wert ist. Ein weiteres Highlight ist das matte Display, das störende Reflektionen durch Sonnenlicht oder Zimmerbeleuchtung minimiert. Dies ermöglicht ein klares und ungestörtes Seherlebnis, ganz egal ob es sich um Kunstwerke oder TV-Hinhalte handelt. Die Quantum Dot-Technologie des TheSarif sorgt für lebendige und kontestante Farben in nahezu allen Lichtverhältnissen, ganz ohne Farbverlust. Zudem optimiert die HDR10 Plus-Technologie jede Szene individuell, indem sie die Helligkeit Bild für Bild anpasst und so für ein noch intensiveres Seherlebnis sorgt. Der Samsung TheSarif Fernseher bietet auch in Sachen Audioqualität beeindruckende Features. Mit zwei eingebauten Lautsprechern, die zusammen eine Gesamtausgangsleistung von 40 Watt liefern, sorgt er für einen klaren und kraftvollen Sound. Dies ist ideal für alltägliche TV-Erlebnisse, ob beim Anschauen von Filmen, Serien oder beim Hören von Musik. Für diejenigen, die ein noch intensiveres Klangerlebnis wünschen, bietet TheSarif flexible Anschlussmöglichkeiten. Du kannst ganz einfach ein Heimkinosystem oder eine Soundbar über den optischen Audioausgang oder mittels eines HDMI-Kabels an den Fernseher anschließen. Diese Option erweitert das audiovisuelle Erlebnis und macht den Fernseher zur idealen Wahl für alle, die Wert auf hochwertigen Klang legen, sei es für Filmabende oder beim Genießen von Musikvideos. Der Samsung TheSarif Fernseher bietet dank des Betriebssystems Tizen ein umfangreiches Smart-TV-Erlebnis. Tizen ist bekannt für seine Benutzerfreundlichkeit und bietet eine Vielzahl an Anwendungen und Streamingdiensten. Das bedeutet, dass du bequem auf deine Lieblingsfilme und Serien zurückgreifen kannst, sei es über Netflix, Amazon Prime Video oder andere Plattformen. Ein besonderes Highlight ist der Smart Hub von Samsung. Dieser wurde speziell entwickelt, um das Finden und Entdecken von Inhalten zu erleichtern. Du wirst weniger Zeit mit der Suche verbringen und mehr Zeit damit haben, deine Lieblingsfilme, Spiele und Serien zu streamen. Der Smart Hub ist in drei Hauptkategorien unterteilt, Medien, Spiele und Hintergründe. Diese Aufteilung ermöglicht eine personalisierte Nutzung des Fernsehers, je nachdem, ob du Filme schaust, spielst oder einfach den Bildschirm als dekoratives Element nutzen möchtest. Kurz gesagt, TheSarif sorgt für ein optimiertes und personalisiertes Fernseherlebnis, das deinen individuellen Bedürfnissen entspricht. Der Test des Samsung TheSarif LS01BH Fernsehers ist damit beendet. Links zu den besten Preisen für dieses Produkt findet ihr in der Videobeschreibung. Habt ihr Fragen oder Meinungen zum Fernseher? Dann lasst sie uns gerne in den Kommentaren wissen. Fandet ihr das Video hilfreich und interessant? Dann abonniert unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir freuen uns darauf, euch bald wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal!